Hallo, ich bin Graham und ich rede, wie Autos unsere Umwelt verschmutzen. Seit 1890 gibt es Autos und jedes Jahr werden sie klüger, schneller und besser. Und mehr und mehr Leute kommen auf diese Welt und das meint mehr Autos. Aber weißt du, dass mehr als 40 Prozent Umweltverschmutzung kommen von Autos? Das gibt es ja gar nicht. Aber da ist eine Lösung. Seit 1997 gab es da Hybrid. Das meint Batterie und halb Benzin. Und seit 2011 gab es da Batterienautos. Und ich zeige es dir jetzt gerade, wie es funktioniert. In Amerika gibt es da viele große Autos und die benutzen viel Benzin. Und das meint Umweltverschmutzung. Aber du kannst es besser machen. Frag dich mal manchmal. Brauche ich wirklich so einen großen Auto? Wenn nicht, kaufe ein kleineres. So kannst du den Umwelt helfen. Wie du kannst sehen, mein Autos Auto ist ein Hybrid. Das meint halb Batterie, halb Benzin. Und ich zeige es dir jetzt, wie das funktioniert. Wie du kannst sehen, ist hier eine Batterie und ein Motor. Und das halb die Umwelt. Und du kannst es besser machen. Und du kannst es besser machen.